Heute spielen wir Kudel-Muddel. Und das Tolle ist, ich weiß gar nicht, wie das geht, aber die Motte weiß das. Mausi, magst du mir das erzählen, wie das geht? Wer fängt an? Du? Du bist dran. Da sind drei Symbole. Na, da hat aber jemand. Das sind meine drei Symbole, ne? Das passt nicht. Und was ist, wenn das bei mir passt? Darf ich das dann nicht nehmen? Dann darfst du das da dran legen. Aber nur, wenn ich das ziehe? Okay, passt es denn? Das passt nicht. Dann darfst du das da hinlegen. Dann darf ich die zur Seite legen? Okay, die sind raus aus dem Spiel. Na, das ist doch noch gar nicht. So, jetzt bist du wieder dran. Das passt nicht. Oh, guck mal, das passt. Warum passt das? Weil da ein Auto ist und da ein Auto ist. Okay, dann kann ich die so zusammenlegen, hier so dran. Nee, da darfst du ja anfangen können. Auf der Seite. Okay, dann bist du wieder. Oder bin ich da nochmal, wenn was passt? Nein. Okay, dann bist du jetzt dran. Oh! Passt. Warum passt das? Weil da ein Pinguin ist und da ein Pinguin. Super. Du bist. Und ich guck mal und... Ja, das passt. Eine Glocke und eine Glocke. Super. Dann bist du dran. Kaputt. Nicht schlimm. Passt. Super. Und, und, und. Hm. Ich glaube, bei mir passt es nicht, oder? Nee, ne? Nee, nee. Du bist dran. Aber das könnte da passen. Ja, aber das ist ja nicht mein Stapel, ne? Nee. Ja, Eis und Eis. Super. Oh, guck mal, hier passt es auch. Wie viele brauche ich noch? Sieben sind das, ne? Und du hast jetzt wie viel? Eins, zwei, drei, vier. Wie viele fehlen dann noch? Drei. Genau. Und bei dir fehlen noch? Auch drei. Super. Jetzt machst du weiter. Passt nicht. Du bist. Passt auch nicht. Okay. Ja, lass es doch da hinlegen. Ist doch nicht schlimm. Passt. Hey, super. Du hast mich bald eingeholt, ne? Hey, passt auch. Guck. Was passt? Esel und Esel. Ach ja. Hab ich nicht gesehen. Das ist natürlich das Liebste, ne? Ich stelle die Klingel mal hier hin, weil... Ich stelle die Klingel mal hier hin. So, du bist dran. Mausi, du bist dran. Magst du ziehen? Passt nicht. Passt. Zwei, vier, sechs hab ich, ne? Wie viel fehlt mir dann noch? Einer. Okay, dann bist du dran. Wer fehlt noch? Wie viel hast du denn? Ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viel fehlen dann noch? Zwei. Richtig. Passt nicht. Du bist dran. Doch. Nee. Die Schulfröte? Aber da darf man die nicht hinlegen. Ach, man darf nur in einer Richtung machen. Ach, das wusste ich hier. Du musst mir das Spiel ja auch erklären. Das passt nicht. Ich dachte, man darf in beide Richtungen anlegen. Du bist dran. Passt nicht. Passt nicht. Nur da hinten, aber da darf ich ja nicht dranlegen. Nein. Gut. Was passt da hinten? Hier hinten hätte der Regenschirm gepasst. Mhm. Passt, wenn du bist. Wir machen mal kurz eine Pause. Wann darf man denn die Klingel drücken? Ähm, wenn man gewonnen hat. Dann spiel mal so, als hättest du schon sieben Paare. Super. Und macht das Spiel Spaß? Na. Ja? Na. Wie na? Du wolltest das doch mit mir spielen. Na. Und so verbringen wir dann kurze Spieleinheiten. Mit den kurzen, äh, mit den schnellen Spielen. ariesst.